In diesem SMAP-Clip erfahrt ihr, wie man Sportmarken zum Erfolg verhilft und was man hierfür tun muss. Traditionelle Ansätze der Markenführung sind in der heutigen Sportwelt zum Scheitern verurteilt und daher verraten wir heute ein Geheimrezept für erfolgreiche Markenführung im Sport, das wir vernetztes Branding nennen. Na, das klingt doch lecker, oder etwa nicht? Sportmarken wie zum Beispiel professionelle Sportvereine sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und haben sowohl in der Managementpraxis als auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung eine immense Bedeutung. Der Sport wurde in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend kommerzialisiert und parallel dazu hat auch die Bedeutung für strategisches Markenmanagement im Sport zugenommen. Das Markenmanagement zählt heutzutage somit zu den Aufgaben in Sportorganisationen. Die Welt vollzieht einen rasanten Wandel und Dinge entwickeln sich eben weiter. So auch die Sportmanagement-Forschung. Und ihr seid gerade live dabei. Gute Sportmanager versuchen die Sportmarke unabhängiger vom schwer kalkulierbaren sportlichen Erfolg zu machen. Als Beispiel kann der FC St. Pauli im Fußball genannt werden. Die Merchandising-Einnahmen gehen nicht sofort zurück, wenn der sportliche Erfolg einmal ausbleibt. St. Pauli ist es gelungen, die Marke über andere Werte als nur über den sportlichen Erfolg aufzubauen. Wie funktioniert das? Im Sport wird Wert niemals durch die Sportorganisation und dessen Management allein geschaffen. Stets wird der mit sportlichen Aktivitäten und Wettbewerben verbundene Wert durch weitere Akteure mitgeprägt. Denkt beispielsweise an die gemeinsame Schaffung der Atmosphäre während eines Sportevents oder Fan-Initiativen, die über digitale Plattformen der Sportmarke vorangetrieben werden. Für die moderne Markenführung ist also eine sogenannte netzwerkorientierte Sichtweise wichtig, um Sportmarken besser verstehen, aufbauen und managen zu können. Die Vernetzung ist in einer digitalen Welt das A und O. Wert entsteht immer durch die Beiträge vieler unterschiedlicher Menschen. Das wird bereits im SMAP-Clip zum Sport-Value-Framework betont, den ihr ebenfalls auf dem YouTube-Channel von Professor Voracek findet. Ich habe vorhin das Beispiel des FC St. Pauli genannt, auf das ich kurz zurückkommen möchte. Denn es ist ein Best-Practice-Beispiel im Sinne des vernetzten Brandings, das einer Logik des Gelingens folgt. In Abbildung 1 sind ausgewählte Aktivitäten des vernetzten Brandings am Beispiel des FC St. Pauli beschrieben. Dabei stehen die blauen Felder für den ersten Teilprozess des vernetzten Brandings, nämlich den Aufbau der Markenidentität. Die grünen Felder stehen für die Co-Kreation der Markenbedeutung, also den zweiten Teilprozess. Grundsätzlich erstellt der Besitzer einer Sportmarke das Markenbild mit einem unverwechselbaren Image und arbeitet die Einzigartigkeit der Sportmarke heraus. St. Pauli steht für den Hamburger Kiez und eine soziale und politische Verantwortung für diesen Stadtteil. Die Marke steht aber auch für alternative gesellschaftliche und politische Einstellungen, für Kampfgeist, Antidiskriminierung, Gleichbehandlung aller Fans, gegenseitige Toleranz und gegenseitigen Respekt im Umgang miteinander. Der Aufbau eines unverwechselbaren Markenbilds durch den Markenbesitzer entspricht insoweit noch der traditionellen Vorgehensweise. Allerdings macht St. Pauli dies nicht alleine, sondern beteiligt viele andere, um der Marke Bedeutung zu verleihen. Nun besteht das Kunststücke Markenmanagement auf die divagierenden Interessen dieser Akteure einzugehen, um bis zu einem gewissen Grad auch divagierende Interessen zu respektieren. Dazu gehört auch den Sponsoren und Fans sowie weiteren wichtigen Akteuren wie den Politikern das Recht einzuräumen, die Markenidentifikation mitzugestalten, ohne dabei zentrale Wertvorstellungen zu gefährden. Diese Prozesse werden im zweiten Teilprozess des vernetzten Brandings beschrieben, der Co-Kreation von Markenbedeutung. Manager von Sportmarken müssen daher im vernetzten Branding über außerordentliche Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen, um die Kommunikation mit den unterschiedlichen Akteuren zu steuern. Der Besitzer einer Sportmarke steuert die Kommunikation mit den unterschiedlichen Akteuren, zum Beispiel mit den Zuschauern, den Fans, Sponsoren, Medienvertretern, Politikern, den Spielern, den Trainern, den Ligen und mit vielen anderen. Manager von Sportmarken müssen wissen, wie man divergierende Interessen zum Ausgleich bringen kann oder nebeneinander existieren lässt. Markenmanager dürfen sich nicht als Oberlehrer aufführen, die besser als andere wissen, wie man eine Markenidentität schafft. Sie müssen bereit sein, von anderen zu lernen und wissen, wie man Ideen aufnimmt und wie man veränderte Markenbedeutungen kommuniziert. Das Geheimrezept der Markenpolitik im Sportmanagement besteht darin, einer Logik des Gelingens zu folgen und zu verstehen, dass Wertvorstellungen und Wert im Sport immer durch eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure geschaffen werden und divergierende Markenbedeutungen aufgegriffen werden müssen. Diese divergierenden Markenbedeutungen müssen so in das eigene Markenbild integriert werden, dass ein unverwechselbares Image und eine Markenidentität entstehen, von der alle Interessenten begeistert sind. Das Geheimrezept des vernetzten Brandings besteht nicht einfach in der Anwendung streng vorgeschriebener Regeln, sondern integriert die Fantasien vieler Köche mit Herz und Verstand und zaubert ein einzigartiges Menü auf den Tisch, das allen Beteiligten schmeckt. Erfolgreiche Sportmanager von heute wissen um die Bedeutung der Wertko-Kreation und handeln entsprechend vernetzt. Dieses Geheimrezept wurde übrigens von Tim Ströbel von der Universität Bern und Herbert Voracek von der Universität Bayreuth auf Basis der Ideen von Rod Brody und seinen Co-Autoren entwickelt. Alle Zutaten findet ihr im Beitrag Sportmarken von traditionellen Ansätzen der Markenführung hin zum vernetzten Branding ausführlich beschrieben. Bis zum nächsten Mal. Salut und bye bye. Gletschungsgerd Gletschungsgerd Vielen Dank.